Hallo liebe Oldtimer-Freunde. Die 21. Feengrotten-Klassics wollen wir dieses Jahr am 13. bis 15. August durchführen. Wir, der Oldtimer und Replika-Club Thüringen e.V. laden euch dazu recht herzlich ein. Hier nun der Ablauf der Veranstaltung. Am Freitag, den 13.08.2021 ist die Ankunft der Teilnehmer. 16.00 Uhr öffnet unser Organisationsbüro auf dem Marktplatz in Saalfeld. 19.00 Uhr beginnt die Abendveranstaltung und bis 21.00 Uhr läuft die Besichtigungstour. Für Musik sorgt die Rock'n'Roll-Band voll Bier. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgt der Piesauer Gourmet-Koffer. Am Samstag, den 14.08.2021 öffnet unser Organisationsbüro um 7.30 Uhr. Um Punkt 10.00 Uhr ist dann der Start für die Ausfahrt. Mittagspause ist natürlich eingeplant. 15.30 bis 16.00 Uhr ist die Ankunft der Oldtimer auf dem Saalfeldermarkt zum Detscherfest. Dann um 19.00 Uhr beginnt unsere Abendveranstaltung mit Siegerehrung und für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Band 2 gegen Willi. Am Sonntag, den 15.08. ist dann um 9.00 Uhr die Verabschiedung der Teilnehmer auf dem Marktplatz in Saalfeld. Hier noch ein Hinweis. Alle Aktivitäten finden Corona-bedingt im Freien statt. Das Hotel Tanne in Saalfeld gibt für Teilnehmer 10% Rabatt auf die Übernachtung. Teilnehmer, die dieses Angebot wahrnehmen möchten, müssen das bei Ankunft anmelden. Die Nennung zu unserer Veranstaltung steht zum Download auf unserer Webseite www.feengrotten-classics.de bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017